Hier siehst du eine Seite aus einem sehr, sehr alten Buch. Es wurde vor über 1500 Jahren geschrieben. Es ist also genauso alt wie die Hagia Sophia in Istanbul. Erinnerst du dich? Es war lange Zeit gut versteckt und wurde erst viele Jahre später wiedergefunden. Dass es Wiener Genesis genannt wird, bedeutet nur, dass das Buch heute in Wien aufbewahrt wird. Ursprünglich stammt die Schrift nämlich aus Syrien in der Nähe von Istanbul. Schon wieder Istanbul. Dass es sich hierbei um ein sehr wichtiges Buch handeln muss, kannst du sofort an der reichen Bemalung erkennen. Die Genesis ist der erste Teil der Bibel. Sie war lange das einzige und wichtigste Buch überhaupt. Darum haben sich die Schreiber auch außergewöhnliche Mühe gegeben, dieses Buch zu gestalten. Der Text wurde nicht mit normaler Tinte, sondern mit Silbertinte geschrieben. Und die wichtigsten Namen wurden sogar mit Goldtinte geschrieben. Und nicht nur die Schriftzeichen waren wertvoll, sondern auch das Papier. Doch hat man damals eigentlich nicht auf Papier geschrieben, sondern auf getrockneter Tierhaut. Die hat man Pergament genannt. Und dieses wurde mit Purpur eingefärbt. Purpur wird aus dem Schleim einer Schnecke gewonnen. Die Gewinnung dieser Farbe ist sehr kompliziert und war deshalb nur für ganz wichtige Dinge vorgesehen. Wie zum Beispiel eine Bibel. Neben der schönen und wertvollen Schrift wurden die Geschichten illustriert, das heißt mit Bildern versehen. Das kennst du ja aus Bilderbüchern, die eben aus Text und Bild bestehen. Von den vielen Menschen, die du auf der Seite abgebildet siehst, ist einer Jakob. Es ist der Mann in dem braunen Gewand in der unteren Reihe. Er ist gleich dreimal dargestellt. Erst wandert er durch die Welt. Dann kämpft er eine ganze Nacht mit einem Engel. Und schlussendlich versöhnt er sich mit ihm und mit Gott.